Moin moin zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen zu einem Counter-Strike-Talk-Video. Dieses Format habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gebracht. Früher habe ich das öfter mal einfach über ein paar Counter-Strike-Themen gequatscht. Heute machen wir das und es geht um das Thema CSGO-Kisten. Der eine oder andere wird mitbekommen haben, dass die CSGO-Kisten derzeit extrem im Wert steigen, zumindest viele von den älteren Kisten. Beispiel Operation Breakout-Kiste geht derzeit für 55 Cent, war Anfang letzten Jahres noch bei 3 Cent. Und dieselbe Entwicklung sehen wir auch bei vielen anderen Kisten. Und da ich damals vor viereinhalb Jahren schon ein Video zum Thema gemacht habe, und zwar Steam-Guthaben steigern durch Kistenkäufe Langzeitinvestitionen, ist einer der most viewed Videos auf meinem Kanal, November 2015, dachte ich mir, ich greife das Ganze nochmal auf, weil derzeit auch in meinem Twitch-Chat immer wieder dieselbe Frage kommt, Lennart, in welche Kisten investierst du? Hast du gesehen, wie teuer die und die Kiste geworden ist? Krass, ich habe damals auch Kisten gekauft und habe jetzt so und so viel Profit damit gemacht. Ich quatsche heute mit euch darüber, welche Kisten ich kaufe, denn ich investiere auch gerade wieder in einige verschiedene Kisten, möchte aber auch zeitgleich eine Warnung aussprechen, warum ich das derzeit für riskanter halte, als es 2015 auch der Fall war. Wir fangen gleich an und gucken erstmal so ein bisschen das Video rein, also so eine kleine Art Reaction zu meinem alten Video damals. Viele Kisten, die seit 2015 gekommen sind, gab es zu der Zeit noch gar nicht, aber wir können gucken, wie teuer damals zum Beispiel eine Huntsman-Kiste war und wie viel Geld man gemacht hätte, wenn man die Kisten damals gekauft hätte und jetzt viereinhalb Jahre gewartet hätte. Ich werde mir das nicht in Gänzen mit euch angucken, sondern nur die Kernaussagen so ein bisschen rausfiltern und dann evaluieren, ob die Aussagen auch noch auf die heutige Zeit zu treffen. Einmal aus Nostalgiegründen muss es aber sein, wir gucken uns einmal das alte Oldschool-Intro an. Zwischen 2014 und Ende 2015 hatten wir das, glaube ich, drin. Schreibt mal in die Kommentare, wer war damals schon dabei, als dieses Intro noch aktuell war. Ja, mit dem alten Logo sogar noch. Lange, lange ist es her. So, am Anfang des Videos zeige ich dann im Grunde einfach nur einen meiner Storage-Accounts. Da hatte ich damals 1041 Huntsman-Kisten drauf. Ganz wichtig ist da auch, für die, die es nicht wissen, ein CSGO-Inventar ist limitiert auf 1000 Items. Wenn du einen Trade-Offer rausgehauen hast, wo ein paar mehr Items drin waren, bevor die 1000 überschritten waren, könntest du auch ein paar mehr reinpacken. Hier hatte ich zum Beispiel 1041. Aber im Grunde ist es so, dass ein CSGO-Inventar limitiert ist auf 1000 Items. Deswegen war es damals so, bevor es Storage-Units gab, darüber reden wir gleich auch noch, musstest du für jede Art Kiste oder für alle 1000 Kisten, die du dir zusammenkaufen und irgendwo lagern wolltest, einen neuen Account machen. Das habe ich früher so gemacht. Ihr seht hier in meiner Steam-Friend-List ganz viele Storage-Accounts, die ich gemacht habe. Hier zum Beispiel die Breakout-Kiste. Da habe ich 1087 Breakout-Kisten drauf, die ich damals alle für 3 Cent gekauft habe. Wir rechnen nachher auch aus, wie viel Gewinn ich mit den Breakout-Kisten bisher allein gemacht habe. Inzwischen gibt es aber zum Glück die Storage-Units. Wenn ich weiß, was das ist, werde ich tatsächlich auch auf dem Stream gefragt, was ich da immer mit den Kisten mache. Eine Storage-Unit ist ein relativ neues Item in CS. Das kostet 1,75 Euro und nimmt Lifetime ein Slot in deinem Inventar weg. In eine Storage-Unit kann man Items reinpacken und eine Storage-Unit ist limitiert auf 1000 Items. Hier habe ich zum Beispiel eine Horizon-Case-Storage-Unit, wo 1000 Kisten drin sind. Das hat ganz einfach den Vorteil, dass du nur ein Slot in deinem Inventar weggenommen bekommst, da aber 1000 weitere Items reinpacken kannst. Bedeutet, wenn du 1000 Storage-Units auf deinem Account hast, könntest du theoretisch 1 Millionen Items auf deinem einen CSGO-Steam-Account lagern. Das funktioniert dann so, dass ich mir dann jetzt zum Beispiel 5 Horizon-Kisten gekauft habe. Die möchte ich in eine Storage-Unit reinpacken. Wähle mir die dann aus, die ich Horizon-Case benannt habe. Ich möchte weitere reinpacken, wähle die alle an und die werden dann in dieses Storage-Unit reingepackt und habe jetzt 5 Items weniger im Inventar, die dafür in meiner Horizon-Case-Storage-Unit sind. Man zahlt also im Grunde 1,75 Euro dafür, um sich ein bisschen Zeit zu sparen. Man muss nicht neue Accounts machen, muss die Sachen nicht alle per Hand drüber traden und hat alles gebündelt auf seinem einzigen Account. So, dann schauen wir uns das Ganze doch ganz einfach mal an dem Beispiel der Huntsman-Weapon-Case hier an, die im Moment, glaube ich, bei ungefähr 37 Cent liegt. Ich habe mir, wie gesagt, diese 1.041 Kisten, die ich hier auf diesem Account habe, hier ungefähr im März gekauft. Da waren die bei 3 Cent. 3 Cent für eine Huntsman-Waffenkiste. Das heißt, ich habe damals 1.041 Kisten gekauft für 3 Cent das Stück. Habe also knapp 31 Euro investiert, um einen kompletten Steam-Account voll mit Huntsman-Kisten zu machen. Wir gucken mal, was die Huntsman-Kiste heutzutage kostet. Da ist er 1,89 gerade im Listing. Wird reell verkauft für, geht sogar für so viel. Wir gehen mal auf 1,90, weil die wahrscheinlich auch da bleiben wird. Wir gehen mal richtig hoch. Das Höchste, also 1,88, 1,89 ist das Minimum. Wir rechnen mal 1.041 Items mal 1,90 Euro das Stück. Das heißt, aus meinem Investment von 31 Euro, hätte ich die bis hierhin behalten, hätte ich fast 2.000 Euro gemacht. 30 Euro auf den Tisch, wartest 4 Jahre, machst einfach nichts. Du musst ja nicht mal was machen. Die reifen einfach, die reifen einfach wie ein guter Wein. Und ich hätte heutzutage aus 30 Euro 2.000 Euro gemacht, fürs Nichtstun. Für 10 Minuten da sitzen und die Kisten auf einen anderen Account traden und dort reifen lassen. Ja, ich habe sie verkauft zwischen 85 Cent und 1,20 Euro. Ich habe also auf jeden Fall auch gut Gewinn gemacht. Aber dann wirst du so ein bisschen greedier. Dann weißt du, da wären noch die 400, 500 Euro mehr drin gewesen. Wir sind jetzt noch ein bisschen gewartet. Dann stellt sich allerdings erst mal noch die Frage, welche Kisten lohnt sich denn überhaupt dafür und bei welchen macht das Sinn? Generell kann man sagen, dass sich in meinen Augen jede Kiste lohnt, die für den Minimalpreis auf dem Markt zu haben ist. Zum Beispiel die Operation Phoenix Case, die ist bei 4 Cent. Die lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen, hier gibt es aber noch 1,3 Millionen dieser Kisten auf dem Markt. Deswegen kann das etwas dauern, bis sie noch steigen wird. Das ist auf jeden Fall auch was, worauf ihr achten solltet. Wenn ihr da einsteigen wollt, ihr müsst gucken, wie viele von diesen Kisten es noch gibt. Denn der Grund, warum die Operation Breakout Kiste und die Phoenix Kiste so lange nicht teurer geworden sind, war halt einfach der, dass es da so unheimlich viele von gab. Am Beispiel der Phoenix Kiste hier fast 1,4 Millionen Stück. Das ist natürlich super viel. Mit den Kisten funktioniert das nämlich so, dass du immer eine Drop Rotation hast. Im Moment droppen, glaube ich, die Prisma Kiste, ich glaube die Klatsch Kiste auch noch, die CS20 Kiste und die Danger Zone Kiste. Das müssten die Kisten sein, die aktuell in der Drop Rotation sind. Wann immer eine neue Kiste kommt, fliegt in der Regel die älteste raus. Das heißt, ich glaube, die Danger Zone Kiste müsste als nächstes aus der Drop Rotation rauskommen. Und das war halt damals der Grund, warum es noch so super viele Phoenix Weapon Cases gab. Die droppen aktuell noch, deswegen werden die in nächster Zeit nicht steigen. 1,4 Millionen ist super viel. Desto mehr Kisten es von diesem Typ gibt, desto niedriger hält sich der Preis natürlich. Wenn die Kisten aber nicht mehr droppen, werden die zwangsweise natürlich auf Dauer teurer, weil Leute wollen die Kisten natürlich noch immer aufmachen. Es kommen aber nicht mehr so viele nach, wie aufgemacht werden. Und deswegen steigt der Preis der Kiste. Wir können ja mal schauen, was sich da in den letzten viereinhalb Jahren getan hat bei der Phoenix Kiste. Also 1,35 Millionen gab es damals. Da ist die Operation Phoenix Kiste, mittlerweile nur noch 100.000 Stück auf dem Markt. Und die hat sich auch entwickelt, damals für 4 Cent auf dem Markt. Die war zwischenzeitlich auch mal auf alle Fälle bei 3 Cent. Geht auch schon für 37 Cent. Teilweise sogar schon für über 40 Cent verkauft. Es kann natürlich immer ein bisschen dauern, wenn wir zum Beispiel hier die Breakout Kiste nehmen, in die ich selber auch investiert habe. Breakout Kiste auf dem Community Markt, 2,8 Millionen Stück noch davon drin. Momentan bei 3 Cent. Aber im Vergleich zu der blauen E-Sport Kiste von eben sind hier deutlich bessere Skins drin. Das, was ich da anspreche, ist auch eine Sache, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet, wenn ihr euch für die Kisten entscheidet, in die ihr investieren wollt. Guckt, welche Skins da drin sind. Die blaue E-Sport Kiste habe ich angesprochen. Die ist mittlerweile auch relativ teuer geworden. Es ist wahrscheinlich ja, dass Kisten steigen, die auch einen guten Content drin haben. Zum Beispiel die Revolver Kiste. Da hast du, glaube ich, einen Redskin drin. Das ist der Revolver Fade. Juckt kein Schwein. Ist relativ selten im Markt. Vielleicht finde ich die hier gerade auf die Schnelle. Die Revolver Kiste. Aber von der Revolver Kiste gibt es auch nicht mehr ganz so viele. Ist im Vergleich zu anderen Kisten aber noch vom Preis her relativ weit unten. 6 Cent in der Revolver Kiste. Wir können mal gerade reinschauen. Da haben wir doch die M4A4 Royal Paladin R8 Revolver Fade. AK Point ist Array. Die geht auch noch. Aber es gibt einfach Kisten, wo du wenig coole Skins drin hast, die dann entsprechend auch unwahrscheinlicher sind, wenn man auf die Preisentwicklung schaut. Ich kann euch da die Seite CSGO Stash empfehlen. Das ist so eine Seite, wo alle Skins gelistet sind. Da könnt ihr zum Beispiel hier nach AK sortieren. Seht dann alle AK Skins. Aber auch zum Beispiel nach Cases. Und da könnt ihr die einzelnen Kisten durchklicken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Spectrum Kiste finde ich persönlich sehr cool, kann man hier gucken. Aha, beide Red Items sind sehr geil. Neonore ist cool. AK Bloodspot ist geil. Die Pink eigentlich auch okay. AWP ist immer gut. Eine Fever Dream, eine M4 Decimeter. Die lilanen und blauen sind da nicht mehr so krass. Aber Spectrum Kiste meiner Meinung nach eine super Kiste. Gute Messe auch drin. Aus der Kiste habe ich damals meinen Butterfly Sapphire zum Beispiel gezogen. Deswegen Spectrum Kiste meiner Meinung nach eine der besten Kisten zum Öffnen und demnach auch eine der besseren Kisten zum Investieren meiner Meinung nach. Ich hatte ja gesagt, ich zeige euch einmal anhand des Beispiels von der Breakout Kiste, wie viel Gewinn ich damit gemacht habe. Ich habe auf meinem Hauptaccount eine Storage Unit mit 125 Breakout Kisten. Ich habe aber noch Accounts mit Breakout Kisten. Wir rechnen jetzt einmal aus, wie viel Gewinn ich mit den Breakout Kisten gemacht habe. Ich habe keine davon über 3 Cent gekauft. Und in meiner Friendslist sehen wir 1, 2, 3 Accounts mit dem Breakout Namen. Der Account hat 77, da müssten die anderen beiden voll sein, weil ich immer erst einen neuen Account gemacht habe, wenn die voll waren. Wobei der hat ein paar weniger. Wir sagen einfach mal, die beiden zusammen sind ungefähr 2.000. Dann habe ich hier noch 77 und dann noch 125 auf dem anderen. Das heißt, ich habe grob 2.200 Breakout Kisten. Alle für 3 Cent gekauft. Das heißt, reingesteckt habe ich 66 Euro. Und die gehen jetzt für, wie viel haben wir gesagt? Irgendwas um die 59 schon. Die gehen im Moment für 56 Cent. Mal angenommen, ich würde die heute schon alle verkaufen, was ich nicht mache. Dann hätte ich aus 66 Euro schon stolze 1.232 Euro gemacht. Wenn ich die jetzt auf einen Schlag verkaufen würde, ich denke, das wird noch weiter gehen hier. Aber wieder fürs Nichtstun. 66 Euro reingesteckt. Das kann man im Monat mal beiseite legen. Ich habe es auch über einen längeren Zeitraum gekauft. Also du kannst auch mal für einen Zehner im Monat ein paar Kisten kaufen. Und einfach nur durchs stumpfe Warten, zwei Jahre gewartet. Theoretisch hätte man letztes Jahr im Januar noch kaufen können. Anfang Februar war die sogar auch noch bei 3 Cent. Also du hättest vor einem Jahr, wir rechnen mal anders, hättest du vor einem Jahr für 1.000 Euro Breakout-Kisten gekauft. Dann hättest du 33.000 Breakout-Kisten gekauft und könntest die jetzt für 1.000 Euro reingesteckt für 18.666 Euro verkaufen. Das ist mal eben ein Auto. Hätten wir damals 2013, müsste es gewesen sein, die Operation Breakout-Kiste zum Mindestpreis von 11 Cent gekauft. Nehmen wir an, wir haben 1.000 Euro in Breakout-Kisten gesteckt. Dann hätten wir dafür 9.090 Kisten bekommen. Mittlerweile verkauft sich die Kiste für über 23 Euro. 23,30 Euro habe ich da gerade gesehen. Dann hätten wir einfach durch stümpfe Warten aus 1.000 Euro mittlerweile 211.818 Euro gemacht. Da kann man sich glaube ich in manchen Gegenden von Deutschland ein gutes Haus verkaufen. Mit CSGO-Items wohlgemerkt. Und genau deswegen sage ich nach wie vor, es lohnt sich noch immer in CSGO-Kisten zu investieren. Und ich sage euch jetzt, welche ich derzeit vermerkt kaufe. Möchte aber auch eine Warnung aussprechen, warum das dieses Mal vielleicht riskanter ist, als es 2015 noch der Fall war. Und möchte euch damit ans Herz legen, wenn ihr überhaupt einsteigen wollt, nur Geld reinzustecken, was ihr einfach vergambeln könnt. Steckt da nicht eure letzten Münzen rein. Wenn ihr da mal ein 10er im Monat reinhaut oder ein 50er oder whatever, dann kann man das machen. Es darf einfach nicht wehtun, wenn das Game down geht oder das Geld weg ist. Denn meine Gründe, warum ich mir ein bisschen, ja nicht Sorgen mache, aber warum es eventuell die nächsten 3-4 Jahre nicht so krass sein könnte, ist zum einen, dass derzeit ein gutes Konkurrenzspiel zu CSGO kommen soll. Nämlich Project A von Riot Games, habt ihr vielleicht mitbekommen, wurde auch schon von vielen CSGO-Personalities, die wirklich Ahnung vom Spiel haben, getestet und hochgelobt. Die Preise von den Items und Kisten bleibt natürlich nur oben, solange das Game relevant ist. Wenn das Spiel plötzlich 50% der Playerbase an einem anderen Spiel verliert, wird dasselbe passieren wie in H1Z1. Eine AR Frostbite hat da damals 200 Euro gekostet, inzwischen geht die für ein paar Euro weg. Game ist tot, juckt keinen mehr. Die Preise bleiben nur oben und die Konami bleibt nur oben, wenn das Game relevant ist. Wenn ein guter Competitor kommt und CSGO die Hälfte der Playerbase wegschnappt, werden zweifelsohne auch die Preise fallen. Das andere, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr Sorgen drüber mache, sind Regularien, die kommen könnten. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass in Frankreich jetzt der X-Ray-Scanner vorhanden ist bei Case Openings. Das heißt, du kannst vorher gucken, was für ein Item in der Kiste drin ist. Kannst die dann aufmachen, musst die vorherige Kiste aber kaufen, bevor du die nächste aufmachen kannst. Das heißt, es ist im Grunde kein Gambling- und Glücksspiel mehr, weil du weißt ja, was du bekommst und bezahlst einfach dafür. In Benelux-Staaten, ich weiß nicht, ob Luxemburg und Belgien ist, irgendwo sind die Lootboxen mittlerweile komplett verboten. 2015 hatten wir halt den Vorteil, dass das alles noch so ein bisschen unter dem Radar durchgegangen ist. Inzwischen ist da auch an höheren Posten bekannt, dass das ein Riesenmarkt ist. Und es könnte sein, dass da in den nächsten Jahren strengere Richtlinien und Regularien kommen, betreffend Lootboxen und generell auch Glücksspiel in Videospielen. Das sind einfach meine beiden Bedenken, die ich habe, warum das eventuell diesmal nicht so krass aufgehen könnte wie 2015 noch. Dennoch habe ich in einige Kisten investiert und ich sage euch jetzt auch welche und warum. Ich persönlich habe keine Kiste gekauft, die teurer als 15 Cent ist. Also die teuerste Kiste, in die ich noch investiert habe, war die Falco-Kiste. Mit 13 Cent habe ich mir 500 Stück von gekauft. Dann die Spectrum-Case. Meiner Meinung nach eine der besten Kisten zum Aufmachen. Ihr könnt Rubys ziehen, ihr könnt Sapphires ziehen. Beide rote Skins sind geil. Die pinken sind gut. Super Kiste. Habe ich einige für 19 Cent gekauft. Habe ich inzwischen, glaube ich, 4.000 Stück. Und ich denke, wenn wir hier in den Bereich 200.000 Kisten noch übrig kommen, wird die auch ziemlich schnell durch die Decke gehen. 10, 20 Kiste investiere ich noch nicht rein. Die wird ja derzeit noch gedroppt. Da seht ihr hier auch noch im Markt einen Downwards-Trend. Also die kann auch noch immer weiter fallen. Kisten, die nach Drop-Rotation sind, meiner Meinung nach muss man da noch nicht viel Geld reinstecken. Die Prisma-Kiste ist auch eine sehr gute Kiste. Kann man auch Rubys und Sapphire herausziehen. Aber wie gesagt, in der Drop-Rotation, die wird teilweise heute auch noch für 3 Cent verkauft. Also für 3 Cent kann man die schon mal kaufen. Aber ich würde da jetzt erst mal auf keinen Fall 4 oder 5 Cent bezahlen. Weil wie gesagt, die wird manchmal noch für 3 Cent verkauft. Spectrum-2-Kiste wird nicht mal gedroppt. Gibt es aber noch unheimlich viele von. Lohnt sich meiner Meinung nach aber dennoch. Derzeit für 4 Cent im Markt. Kriegt man, glaube ich, beim Skimbaron auch für 3 Cent noch. Auch in der Spectrum-Kiste sind super gute Skins drin. Das wird meiner Meinung nach die nächste Breakout-Kiste. Wenn die so selten wird wie die Breakout-Kiste im Markt, wird die auch durch die Decke gehen. Da haben wir die AK Empress zum Beispiel drin. Super Skin. Die Horizon-Kiste, da habe ich mir auch sehr viele von gekauft. AK Neon Rider guter Skin. Desert Eagle Code Red guter Skin. Meiner Meinung nach auch Absolute Worth. Gibt es auch noch viele von im Markt. Aber sobald auch die seltener wird, wird die, denke ich, ziemlich sicher auch hochgehen. Chrom habe ich nicht gekauft. Gamma nicht. Sind zwar auch gute Messer drin. Aber die finde ich persönlich nicht so geil, die Kiste. Dafür habe ich noch einige von den Klatschkisten gekauft. Haben wir auch wiederum noch viele von im Markt. Aber es gibt nur drei Kisten, aus denen wir Handschuhe ziehen können. Das ist die Klatschkiste, die Glav-Kiste und die Hydra-Kiste. Die Hydra-Kiste ist bei 5 Euro oder so. Lohnt sich nur, da noch Geld reinzustecken. Die Glav-Kiste ist mittlerweile auch schon bei fast 20 Cent angekommen. Die Klatschkiste kriegt man hier und da. Aber noch für 4 oder 5 Cent lohnt sich meiner Meinung nach. Und die letzte Kiste, wo ich noch etliche von gekauft habe, ist die Dangerzone-Kiste. Auch wenn die noch in der Drop-Rotation drin ist. Sieht man hier bei der Preisentwicklung. Die war mal bei 3, 4 Cent. Die geht jetzt allmählich aber auch hoch. Was meiner Meinung nach daran liegt, dass das für mich persönlich eine der besten Kisten ist, die man derzeit aufmachen kann. Beide Redskins unheimlich gut. A.K. Asimov, AWP Neonor. Super Kiste. Es kann sein, dass sie noch auf 5 Cent nochmal runter geht. Ich persönlich finde die Kiste aber zu gut, als dass ich jetzt darauf spekuliere, dass sie noch weiter runter geht. Und deswegen habe ich mir da auch einige von gekauft. Ansonsten, ganz generell gesprochen, ihr könnt natürlich auch darauf spekulieren, dass die Phönix-Kiste noch weiter hoch geht. Oder die Chroma-Kiste. Das wird, denke ich, auch passieren. Es ist aber ganz einfach so, logisch gedacht. Eine Kiste, die 3 Cent kostet, wird eher ein Vielfaches teurer, als sie jetzt ist, als eine Kiste, die 40 Cent kostet. Am Beispiel der Breakout-Kiste, die ist innerhalb von einem Jahr um das 20-fache gestiegen. Und das ist einfach so, dass eine 3 Cent Kiste eher auf 50 Cent hoch geht, als dass eine 50 Cent Kiste auf 6 Euro hoch geht. Deswegen mein Tipp an euch. Es hat für mich sehr gut geklappt die letzten Jahre. Kauft euch die günstigsten Kisten im Markt. Sucht euch da die raus, die ihr von den Skins her am besten findet. Guckt, wie viele es noch davon gibt. Und ihr geht natürlich bei den 3 Cent Kisten auch am wenigsten Risiko ein, weil 3 Cent ist der niedrigste Preis, für die man ein Item beim Steam-Markt anbieten kann. Das heißt, ihr kauft die vielleicht für 3 Cent die Kiste, könnt die aber für denselben Preis wieder verkaufen. Müsst dann, glaube ich, 1 Cent an Steam noch abdrücken, wenn die verkauft wird. Aber ihr geht da natürlich ein viel, viel geringeres Risiko ein, als wenn ihr euch teure Kisten kauft. So, dann hoffe ich, dass ich die meisten Fragen von euch jetzt zu dem Thema beantworten konnte. Und das nicht demnächst noch so auf dem Stream machen muss, wie ich das die letzten Tage machen musste. Ich habe euch gezeigt, welche Kisten ich kaufe, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, wie profitabel das sein kann. Habe euch aber auch geschildert, welche Bedenken damit einhergehen, gerade jetzt mit dem neuen Games und Regularien, die kommen könnten. Abschließend sei noch gesagt, der richtige Zeitpunkt zum Auscashen, den kann dir keiner zu 100% vorbestimmen. Ihr müsst das für euch wissen. Wenn ihr für 10 Euro Kisten kauft und der Zeitpunkt kommt, wo ihr das 1,5-, 2- oder 3-Fauche davon rausziehen könnt und ihr damit zufrieden seid, dann ist das für euch persönlich der richtige Zeitpunkt. Dir kann keiner sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, das ist die Peak von der Breakout-Kiste, jetzt müsst ihr die verkaufen, weil die demnächst fallen wird. Das kann keiner tun. Entscheidet für euch, wann der Punkt gekommen ist, wo ihr mit dem Erlös zufrieden seid. Macht es dann und dann ist doch alles für euch gut gegangen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich selber Kommentar und Bewertung freuen. Wir sehen uns im nächsten Twitch-Livestream oder im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und later. Bis zum nächsten Mal.